hallo und herzlich willkommen ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars Old Publicia und wir machen weiter auf Belsavis und wir müssen mit dem unbekannten Wohltäter sprechen wer das wohl ist ich bin gespannt auf jeden Fall treffen wir schon mal auf eskar die uns nicht wohlgesinnt sind das ist auch noch ein mit zack zack auch tot auch tot und da ist er eure taten zählen nicht zu welchem volk ihr gehört eine solche ungerechtigkeit zu korrigieren ist ein seltenes Privileg mein Lichtschwert und alle Kraft die ich aufbringen kann gehören ihnen an der lecker die er mit der jabe habe okay okay wo ist er schon wieder hier raus Ist ja nur eine rein und raus Im Moment Aber nun gut So ist es halt So, wo müssen wir jetzt erst das hin? Schon wieder hier weg Komm, ja, jetzt geht es voran Und da hin Hä? Achso Aber die Anzeige, die ist auch Also Ich bin richtig, aber laut Karte war ich gerade erst falsch Obwohl ich richtig war So Ach, ne, ey Ach komm, lexpidormarsch Ich geh Ich mach'n Abgang hier Ach, scheiße Oh, kacke Ich glaube, ich hab' mich verfranzt Oh, ja Und sowas von Ah, Mann, ey Na komm, ey Warum halten die auf einmal so viel aus, ey So Ich muss Rechts neben mir Auf dem Weg Äh, ich bleib' nicht mehr stehen Ich lauf' nur noch weiter So Na komm' Schalt frei Gucken wir mal, ob wir hier richtig sind Nee Dann sind wir hier rüber und dann rechts rum Dann dürft's richtig sein Hier entlang dann So Hier sind wir auf jeden Fall jetzt richtig Wir sind sogar schon fast da, also Geht ganz gut voran hier So So Da ist der Eingang Haben wir's doch Ab rein hier Wo ist es? Da ist es Okay Blab und Ferai Da Daaaah beide tot so und damals schon die tür sesam öffne dich die die Ich bin ein Jedi-Meister. Ich bin keine Bedrohung für euch oder euer Volk. Geweihte Stimme hat euch diese Begabten anvertraut. Ihr dürft ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Ihr dürft ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Ich bin gekommen, um euren Anführer zu befreien, wenn ich ihn finden kann. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir müssen weitersuchen. Jetzt, jetzt mäuschen wir alles hier nieder, ey. Da haben wir die Stufe 42, ne, achso doch, hier ist richtig. Das wird schon wieder. So, jetzt drücken wir dir noch ein bisschen was und da ist ja auch schon hinüber. So, da war er schon hinüber. Bleibt stehen, ich werde geweihte Stimme's Echo sein, so wie er das Echo von Berstnarbe war. Klingt doch gar nicht so übel. Ich muss die Stasis-Kammer von geweihte Stimme finden. Diese Krieger sind also Vorgesetzte von euch? Ja, da geht die Suche weiter. So langsam werde ich müde. Ich brauche nur ein bisschen. Das wird, glaube ich, für heute das letzte Video, was ich aufnehme. Das sollte man niemals ablehnen. So. Also, da sind wir nicht private auf dem Weg. So. 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 So, so. Ich muss jetzt ehrlich alle acht zerstören, oder was? Alter Schwede, das zieht, ey. Was ist ein Alompa? Oh, der hat was hinterlassen So, schnell einsammeln Und los geht's Ich bin das Echo von Geweihte Stimme, so wie er das Echo von Berstnarbe war Alles ist gut Ich verspreche, dass Geweihte Stimme bei mir in Sicherheit sein wird Ich werde die Dornen stumpf machen und geweihte Stimme bewachen Ich bin die Dornen sichere die kammer von geweihte stimme ok da wissen wir jetzt endlich wo er ist er scheint in einem anderen gebäude schon wieder zu sein wo müssen wir denn also wir müssen hier komplett raus und schon wieder zum arsch der welt aber nun gut so ist es halt da machst du nix so nun gut in der nächsten folge marschieren wir dann hier rüber und holen die stimme aus dem grab so ich würde sagen das war's für heute und wenn es euch gefallen hat lasst leichter lasst ein abo da und vergesst die comments nicht und ich sag bis zum nächsten mal bis dahin ciao